Moin, herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-fach-Map 19 ohne Gräben. Wir sind in den letzten Zügen der Ernte, da vorne fährt mein Holmer, mein Terrados, den muss ich gleich mal abtanken, ich komme hier aber nicht neben und er auch nicht. Abfahrer entlassen, wir fahren eben einfach mal zurück und tanken eben selber ab, ist ja kein Drama, kann man ja machen. Hier oben hat sich zum Beispiel der Case, Optum war das glaube ich, der hat sich hier ganz komisch verhalten, der hat immer gesagt, er hat da irgendwelche Probleme, wo keine Probleme sind und so weiter. Sehr schön, fein gemacht. Ne, du brauchst nicht hinter den Drescher fahren, der ist schon abgetankt, außerdem ist das gar kein Drescher, du Honk, sondern was ganz anderes. Lass ihn mal fahren und alles wird gut. Morgen ist Wochenende, morgen und auch Samstag und Sonntag wird es kein Livestream geben, keine Zeit, leider Wochenende danach aber wieder. So, dann kann er jetzt hier wieder gegen den Baum. Das ist gut, so wie sieht es denn mit Feld 3 aus, jawoll, Feld 4 läuft auch. So, also, alles abgeerntet, Feld 3 sind vorbei, Feld 4 sind vorbei und hier oben bei dem Grasfeld sind vorbei. Ansonsten ist alles geerntet, wo eine grüne Nummer steht, seht ihr genauso, oder? Schön. Vielleicht spätestens am Wochenende, vielleicht auch morgen schon, fangen wir mit der Aussaat an. So, das läuft hier. Ich habe ihn so eingestellt, dass er stehen bleiben soll beim Abpunkern auf diesem Feld hier irgendwie praktischer. So, wer steckt im Verkehr fest? So, ich sehe nichts. Das war's. Ah, okay, ja, super. Super, damit kann ich dann zurückfahren. Oh, das hat ganz gut funktioniert hier. So, ich muss alle tanken. Ja, wir waschen werden die von alleine. Ich habe ja die Clean Crew eingestellt, die alle zwei Tage meine dreckigen Fahrzeuge wäscht. Das ist ein Mod, der ist ganz praktisch, wenn man jetzt nicht ständig waschen will. Ich weiß, es gibt auch eine Waschstraße und so, aber das ist hier auch nicht so schlecht. Oh, auch nicht schlecht. Hier seilt sich gerade direkt vor mir eine Spinne ab. Und das war's mit der Spinne. Oh. Oh, man kann jetzt natürlich auch sagen, ich setze den hier jetzt noch zusätzlich ein, aber bis wir das dann mit dem Kurs auch eine Reihe haben. Ne, ne. Lassen wir mal. Wobei bei Feld 26 hat das ja wirklich gut funktioniert mit den beiden Dreschern. Das war echt, echt schick. Und wir fahren jetzt einfach in Ruhe zurück zum Hof. Und wir fahren jetzt einfach in Ruhe zurück zum Hof. Oh, läuft doch. Boah, das fällt frei. Das dauert auch echt ewig, bis das abgeerntet ist und hat irgendwie null Ertrag. Würde mich nicht wundern, wenn der MB-Truck noch nicht einmal zum Ausleeren war. Das würde mich nicht wundern. Das war jetzt ein bisschen Banane gefahren, aber erst mal hier ein bisschen aus dem Weg. Das war jetzt ein bisschen. So. So. Die stehen hier. Schön. Er tankt ab. Auch gut, auch gut. Er fährt. Und er ist fertig. Ich bin hier. So, das wird auch der Drescher sein, der dann nachher wieder zum Ding ins Hof fährt. Na los, fahr! Dann fährt euch meine Wallenlager. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier überall noch Strom machen. Der Leckkacher, oder? Ja. Perfekt, genau so wollte ich das haben. Hier holte ich nämlich jetzt... Der ist ja jetzt vollgetankt. Das heißt... Der kann sich jetzt mal hier den Klaas schnappen und dann mal gucken, ob er dann mit Cosplay vernünftig runterfährt zum Hof. So, das muss hier über Führung... Hofrinder... Was macht der denn da? Das ist auf jeden Fall nicht schön. So. Egal. 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 Wir schicken den Leih einfach per follow me hier hinter dem Glasdash. Egal. Egal. Den muss ich allerdings erst auftanken. Das werde ich noch eben hier oben machen. Weil ich hier oben noch deutlich mehr Sprit habe, als ich unten am Rinderhof habe. Wir nähern uns dem Ende. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, Like und ein Abo. Ehm, kommt mich vielleicht auch bei Facebook besuchen. Das hilft mir weiter. Kommt auf meine Homepage. Alles super. Ehm, schaltet vor allem morgen wieder ein, am Freitag zur nächsten Ausgabe hier. Und ja, morgen, Samstag und Sonntag kein Livestream. Ich habe keine Zeit, habe ich schon angekündigt Nächste Woche aber wieder Da geht es wieder rund Da gibt es Livestreams Und ja, in diesem Sinn sage ich mal Ciao